Let's, Let's Escalady Let's Let's Escalady LET US ESCALADE Willkommen zurück Schichteln� abknallen den DI HEBE HAND.. tyg Kranker scheiß Jetzt werde ich von soem Raben abgefettet Tolles Spiel ey Super Leute, Ihr macht es echt gut Du bist da glaube ich eh falsch. Wobei, ne Quatsch, du bist richtig. Eskalate. Kannst nicht eigentlich auch einfach in die Stadt probieren. Wie krank ist denn diese Waffe bitte? Die ist so viel stärker als die andere. Die andere brauchst du überhaupt nicht mehr. Aber dafür hast du auch nur 4 Schuss. Deswegen musst du die upgraden die Waffe. Na klar wird die upgradet. Und die andere schießt aber schneller. Ja. Zum Beispiel. Achso und wie lange dauert es schon 2 Schüsse? Hier? Ja. Ich hab grad euren Meister gefickt. Ihr fickt mich jetzt. Äh. Friss. Ach. Friss scheiße. Muss ich da runter? Na du kannst dich auch in die Stadt probieren. Kannst dich da runter gehen. So das letzte Mal. Ja das ist echt prima. Ich glaub das ist halt auch echt gut. Kann man. Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied. Ja aber es kommt vielleicht nicht so. Puktion bei den Gegnern. Und das gleiche. Puh. Puh. Meinst du. 43 Quadratmeter. Die hat eine Liemann oder? 26 Kilometer. 26 Kilometer. 26 Kilometer. Sechs Kilometer. Sechs Kilometer. Quintillionen. Muss einfach irgendeinen Wurzsalat und dann am Ende Lierten einfügen. Dann wird das schon irgendwie Zeit sein. Achso guck mal. Doch mal zur Erklärung. Ich hab's Michael leider offscreen gesagt. Lauf mal nach unten. Zur Stadtmitte. Wir haben ja jetzt diesen fetten Pillar da rausgeholt. Und der ist jetzt halt auch hier aus dem Boden. Der ist der fette Puller. Und das sind diese Pfeile. Wir gehen jetzt zu einer Location. Wo wir im vorletzten Video schon lang gehen wollten. Was dann nicht funktioniert hat. Und auf den Pullern war genau dasselbe Zeichen. Dieses hier. Ob man da jetzt lang kommt. Auf der nächsten Folge. Das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Das ist überhaupt gar nicht unser Jingle. Das war. Ich hab die Mischung vom Plus gemacht. Ich hab's abgemischt in meinem Kopf. In meinem Kopf klang es gut. In echt. In echt vielleicht nicht so. Was war's denn das? Kleiner schwarzer Blub. Eklischer Kobold. So willkommen zurück. Willkommen zurück. In Folge 493 von Apple Light Schiffer. Tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Klickt auf die Annotation für ein Nacktbild von meiner Mutter. Willkommen zurück. Bei Portal 2. Tschüss. Haben wir jetzt Apple Light Drifter komplett aufgegeben? Wir haben Apple Light Drifter durchgespült. Wir produzieren jetzt nur noch Portal. Guck gerade eben. Mit dieser Folge offensichtlich. Guck mal hier läuft, scheint jetzt die Sonne, ey. Krass. War die vorher nicht geschehen? Ist ja auch Frühling. Ähm. Wer bezieht sich denn das ja von links? Achso, ich dachte jetzt in echt mal. Das ist blöd. Wer denkt denn ans echte Leben, alter? Ja, stimmt. Sonne. Videospiele! Guck mal, der Boy ist weg, der mit dir gesprochen hat. Ja, der war doch oben. Ne, der war doch hier. Ne, der war doch vom Ende oben. Direkt hier links vor der Tür. Der war doch nach dem Boss da oben drin. Echt? Und hat er mit dir gesprochen? Ne, der war tot. Was, der war tot? Nein, das war nicht der. Das war so ein hässlicher Zwilling. Die sehen halt alle aus wie ein Pixelbreihaufen. Ne, das hattest du das letzte Mal schon gesehen. Da waren wir 800 Schlüssel für. Und wir haben noch kein einziges von dir. Weil wir so gut aufpassen in dem Spiel. Schön nochmal Damage gefräsen. Klar. Und hier drinnen? Gefräsen. Und wir sind im Boden! Geil, jetzt kommen wir hier durch. Oh man. Da bewegt sich Sachen. Das sind so Steine, die so in einem Crashing. Du musst bestimmt durchdriften. Zerklatsch die doch erstmal. Das sind Skelette. 1 A. Man sieht halt schwer was, ne? Schwer oder gar nicht? So ist ganz ne Festtagsbeleuchtung. Ich glaube ich da irgendwas geheben kann mit der Fernbedienung. Versuch mal halt heller zu machen am Fernseher. Ähm. Vielleicht ziehst du das? Ja, sowas. Ein bisschen. Perfekt. Ja, doch, doch, doch. Das ist schon gut. Die Zuschauer können uns zwar leider nicht sehen. Aber wir haben gerade ein bisschen gecheatet. Geht davon aus, dass es voll sinnlos und scheiße aussieht. Und sehr hell vor allem. Sehr hell. Vielleicht, wenn ich die Lust drauf habe, ziehe ich einen Effekt drüber, um das so nachzustimmen. Felix, habt ihr mal ein bisschen mehr Lust beim Schneiden? Bitte. Ich hab auch keine. Ich hab, ich hab immer Lust. Aber nicht aufschneiden. Ding, 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 ding. Alter, es ging hier ab. Goldnage! Gunnage fully charged from slushing. Slushy. Slushy. Aber das ist ein Himmelses Massengrab. Kann das sein? Ja, irgendwie schon. Das sind irgendwelche Särge, glaube ich. Das sind gleiche Haufen. Und das sind halt gleiche Haufen. Das ist doch gut, wenn man hier lang geht. Die haben es nicht in den Sack geschafft. Skelettehaufen. Du warst mit S. Immer mit S. Du merkst euch. Ja. Muss erst mal da unten gehen. Und da den Schalter aktivieren. Da rechts, der da so leuchtet. Nee, nee, da kommst du nur hin. Ach so, ja, oder so. Ach, was sind denn das für Viecher, ey? Nervig ist, fuck. Die sind einfach nur useless, aber viele. Äh, das erinnert mich gerade, ähm, nee, bei den Pokémon-Spielen halt an die Zubathöhlen. Ja, auf jeden. Warst du auch dunkel? Ich weiß es gerade nicht, braucht man da Platz. Was hab ich jetzt getan? Die Dinger auch untergefallen? Ja. Mal sehen, welche noch. Die hier oben auch. Ja, nice. Cool. Also, es erinnert mich halt entfernt daran. Oh, ich möchte bitte wieder einmal singen. Du schiebst noch so Knochen vor dir her. Oh, was. So was macht man noch nicht am Ende von einem Tunnel. Wo du nicht siehst? Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, gehe wieder nach links. Scheiben wir nach unten. Unter dem Ding. Muss ich jetzt alles nochmal machen. Schien. Schien. Ah, scheiße. Let's, let's fruste late. Let's, let's. Warte mal. Ja, ähm, equip mal die Andrégan. Equip mal die Andrégan. Das heißt nur mal equip und zeig nur mal gerne. Und schieß mal, vielleicht macht das ja ein bisschen licht. Skill mal dein Denglish ab, alter. damit man schießt man vielleicht sagt das ja nicht nur etwas sein können vielleicht mit der anderen diese gegner warum denn nicht das ist doch mit absicht so gemacht ja na klar aber in den pokémon höhen hattest du halt auch blitzt ja dann such doch mal deine vm sucht mal professor eichel notiz an mich selber bei google bilder suchen okay wir legen uns jetzt schon darauf fest womit wir unseren ersten strike bekommen das finde ich okay jetzt hundertprozentig wieviel darf man drei mal professor eichel aber das muss doch irgendwo einen anderen schalter geben guck mal am anfang war auch noch so ein paar erhöhte dinge immer dorthin zurück ja ja es gab insgesamt drei von diesen dinge und eine wandert um die anderen waren rechts die hast du schon deaktiviert und irgendwo waren noch welche findest halt unter bildersuche leider nichts hier oben waren die aber das erste ergebnis bei google suche ist irgend so ein chemiker oder so eine energie und klimaforschung professor doktor rr natavi rüdiger a punkt eichel das sieht aus wie so eine alte das ist professor eichel dann halt sein bild hierhin professor eichel der hat so viele titel der kann nicht mal bei pizza.de seinen namen eingeben aber warte was hat er alles mal sehen kennt ihr alle titel kann die nirgendwo ein professor doktor was ist ein r e r r e r r e r r e r e r dr der retartik nat ist naturwissenschaftlich habil habilitiert habilitiert habbitak habbitak können wir das alles mit pokemon ersetzen ja bestimmt ja mir fällt schon bei der haben nichts mehr ein reater und natürlich hänger über den montren morgen weißt du wenn ich denke mir dieses dieses schlub pokémon dieses orangene dass wenn es sich weiterentwickelt so einen fetten panzer kriegt sondern so ein mit spikes da muss man klar muss das ist für mich ist cool langsam also fleckmann ist halt richtig dumm ich glaube da muss es ein bisschen schlauer weil halt diese muschel die größten dachlar das ist die weiterentwicklung ja okay nein dann meine ich vielleicht also fleckmann ist für mich ist morgen um uns also dass das halt geil beim pokémon snap da entsteht halt aus fleckmann in lammus wenn diese muscheln in den schwanz von fleckmann wenn die muschel so richtig sich in den schwanz rein krallt also so ein austausch glaube ich ja ich glaube das einfach nur eine anspielung auf evolution des menschen wie soll ja ja was wird immer noch nach unten gehen wir richtig weit nach unten warum stand das ebenso lange habt ihr es gesehen war ganz normal aus dem ein stück nach links vielleicht bleibt dann stehen und das hat auch einen ewig langen zyklus muss irgendwann mal stehen bleibt und das wirkte nur so ich glaube das wird der ich bloß so du musst auf jeden fall nach oh gott wird es einfach nur dahinter stehen bleiben müssen krass ja aber jetzt sei vorsichtig nicht dass du hier noch irgendwo sinnlos drauf gehst und weil du zu vorsichtig war es ist durch rennen durchdriften um sein leben die sind so netzeln nervig cool da ist was naja das ist das teil wenn wir wieder rausgeblieben da kann ich die helligkeit wieder zurückstellen und das bringt ja ich glaube ich glaube hier sind trotzdem noch rausgehen naja stimmt stimmt das stürmt jetzt krass ist viel das hatte ich gerade glatt gemanscht naja das sind die teile der story ja ja du kriegst es immer so menschenweise einseln schäbchenweise erklärt die geckos sind so komische lizard people und jetzt sind sie weg ich höre die erschrocken die waren halt da weil du halt stundenlang gepennt hast also naja die lizard people die lizard people naja oh man und gerade das ganze ist eigentlich nicht so wo hat der gespeichert hier du kannst dich auch aus der hülle wieder ausprobten stimmt eigentlich geht das auch aus höhen raus tg-i-i-m so heute das hüferlicht vorbewegens in einer kurve mit wenig traktion was auch immer er gesagt hat ja und nein nein tschüss tschüss tschau bis zum nächsten mal wüsann bis zum letzten der Hann woches fikt tschüss tschüss